Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Rockeli Agur mit Klausi, mit Rumble, alles beim alten Hallo Hallo, ich hab gedacht heute machst du immer anständig hier so mit Klaus, Klaus, Klaus Ne, 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 wir machen heute ne Challenge Ja, nein Ja Und zwar ne ganz spezielle, die ich rede nicht mit dir Klaus Challenge Ich versuche den ganzen Part dich zu muten und du bist einfach nur in der Runde drin Bis später Klaus, tschüss Sollte mal endlich alleine mal, guck mal ob ich es schaff Einmal Kackengreis gemütet vor mich frag dich so Hast du Zeit für Rockeli? Ja ja Und dann noch einen TS bestellen und dann Das wär schon ein Kackengreis Oh der andere kriegt den Was? Ja Ich, ey Ey Also ich hatte schon, guck dir mal was ich für Glück hatte Ich zieh den, wird dann weggekickt Ach, er hatte auch Alter, ja, genau Das sind das so toll, ne? Du hast einfach alles gemacht Aber wirklich alles Selbst ohne seinen Magneten Nein Und Oh Mann Vor allem hab ich gar nicht mitbekommen, dass da noch einer ein Magnet hatte Oh Mann Das war so ein Trollsafe von mir Ne, das war, ähm, geplant Als, als Rachezug für dich Oh, das ist toll, ey, das könnte ich mir ausschneiden und ausraben, wenn ich in Harry Potter kleben würde Jaaaa Jaaaa Oh, das wär so cool Aber gibt's im Endeffal auch nicht Stimmt Also bisher krieg ich gute Items Äh Der, der zum Wegtreten, der, der Wirbel stirbt Der zum Wegtreten Es ist nichts Passiert Ernsthaft? Lol Woah Woah Hä? Leute, ich hab's doch gerade berührt mit meiner Fist of Victory Warum ist denn da nichts passiert? Hast du, hast du, hast du mein Safe gesehen? Ja, ja, hab ich Komplett drauf Okay Oh, ja, 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 ja Was für einer Sicht war der so krass Ja, der war schon cool Hast du das Replay abspeichern oder? Jetzt rammst du dir beides ein Erst mein, mein Tor, wo dann fett steht, dass der andere das Tor bekommen hat Ja Und dann dein Safe Hey, also da, da freue ich mich schon drauf Bester Tag in meinem Leben Äh, mal zu gucken, was da passiert ist gerade Weil ich meine, ich hätte den Ball eigentlich mit der Fist of Doom weggeschlagen Alter Weiß ich nicht, da hatte ich nicht gesehen Ich hatte nur, wie du den danach getötet hast Nachdem du dich beschwert hast Oh nein Nein Als ob Ich hab den gerade einmal getroffen Es ist einfach nichts passiert Mach du Okay Prank Wow Hast du gefreeht? Ja Dann sag das doch vorher Nee, wollte ich beide pranken Vor allem, hä? Also Du bist mehr Gegner für mich, als hier jeder Gegner Ja, so eine Kreise Oh, okay In der selben Sekunde, wo ich das mache Zieht er den her Das ist mein Match Der war undercover Hätte er das Hätte er das Eine halbe Sekunde früher gemacht, hätte ich den vielleicht eher später gezogen Ja, oder eine halbe Sekunde später und du hättest ihn schon gesaved Nee Nee Sorry Nee Wir verlieren gerade, Klaus Ich weiß, wir sind noch einen vorne, aber Wir sind noch zwei vorne Ich kann an den nicht schaden Er steht im Tor Der war voll beeindruckend Guck mal, der steht die ganze Zeit im Tor Er steht da schon im Tor Er steht immer noch im Tor Ist der FK Er steht immer noch im Tor Hä? Wow Der kommt einfach genau auf die Mitte zu Nicht besonders schnell Das war impressive Oh Mann, ey Oh, 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 oh Klaus, da ist dein Ball Machen Tor Okay Da, da, da Oh, neverlucky Ich habe mal gneten Spikes Ich habe Ja, alles klar Okay Un-haltbar Was war das denn Alle sind voll gehypt, dass sie ihre Items haben Ja, ja, ich hab mal gneten Ja, ich hab Spikes Ja, wie schnell geht der denn Den hätte man nur mit einem anderen Item aufhalten können Ja Ich hätte leider nur Spikes Oh Oh nein Neverlucky Da, komm Ah, schade Meld, komm schon Oh, ich hab die Faust Ich hab die Faust Ich auch, ich auch Nicht die Faust, ich meinte die Faust fucking Gottes Das ist ja der Boxeranschuh Nein Oh nein Geht der? Nee, nee, nee Geht der? Nee, nee, nee Oh Freeze Machen Ja, das war der dümmste Oh man, ich geh nur den Booster an Ich wurde wegge... Wurde ich grad in der Luft weggekickt? Ich hab Spikes Alter Hä, was passiert jetzt mit mir? Nein, 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 nein Oh Gott Was macht der denn da? Guck mal wie viele Dinger ich bekomme am... Oben rechts Der geht Ich hatte grad irgendwie so zwölf Ehrberührungen bekommen oder so So viele Punkte hast aber gar nicht Okay, vielleicht waren's nur fünf Aber... Oh fuck Ja! Oh! Nice! Nein, ich... Sorry Oh, nur schnell den Ball spielen, bevor ich gepottet werde Ich wünsch dir, da werden noch solche Sound-Effekte kommen Das wär geil Ja, du kannst sie bestimmt ändern Manu? Danke Ja, Manu Was kann ich... Ich bin grad voll am wegfliegen Ja, ich hab nur... Ich wollte nur mal dich motivieren Ach genau Ich spiel ja nicht gegen dich So wie du Shit Ach komm Ich hab nen Tretfuß Ja, dann tritt den da weg Hä? Er hat die nicht markiert Wann ey? Baller ich den weg Hat richtig viel genießt Jo, danke Obama Und er kriegt... Und er kriegt den Ball Was mach ich hier? Ich guck dir bei deinem legendären Tor zu Das war kein Tor Ich weiß Das war ein Magneten Oh nein Nein Oh nein Hast du den? Natürlich! Der wär gar nicht Ich hab die Faust, Gottes Lass Als ob, Alter Ihr kleinen Leute, was macht unser Maid da? Voll den geilen Move Warte Komm Loll! Ja! Loll! Was ist das für ein Match ey? Hattest du das Item da schon? Nee, ich glaub ich hab das erst da bekommen Alter Krass Krass Ja Ja Bei mir sah es ein bisschen quetschig aus, aber Bei mir sah es einfach genau genial aus Also ich werd's ja nicht ausrahmen, weil das Item halt... Guck, aber bitte nicht Äh, den Part, weil da sah es nicht cool aus Okay Okay, danke Bitte Dann kann ich dir keinen Leiden sagen Ich schneid das einfach raus Damit das keiner sieht Oh 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 Richtig zerstört, ey Weißt du, die Friesen den Ball da, was mach ich? Einfach nur ins Tor fahren Komm, guck Ja, dafür ist das optimal, ja Weil du holst den halt da raus und Ja Guck mal, der Typ, der uns beemmt hat Weil er den Scheiß-Safe gemacht hat Wir wurden beemmt Ja, guck doch In den Chat Ja, warte Einfach Tapp drücken Oh Äh Achso Ah, das seh ich ja jetzt erst Oh man Wie lustig Der hat das wehrt, als das mit der Faust geschossen wurde Ja Weil wir ihn da vorher meinten, was für ne Parade Was für ne Parade Nein Shit Das war, das war unvorsichtig Oh 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 Wie klaus der Schatten Wohin gehst du? Lol Nein Ja Als ob, ey Was war das? Ich bin klaus, ich hab gesoffen Ich wusste nicht, ob die auf mich fahren, deswegen wollte ich einmal kurz hochspringen, bevor ich mich dann drehe Ja, ja Wolltest du nur so cool machen wie möglich Aber Wir kriegen doch ein Item Ja Ja Aber das war ja eh schon immer so Hahaha Ja geil Guter Witz, ich hab Spikes und bekomm den Ball nicht Da Pass zu dir Oh Gott Oh Gott Oh Gott Never forget die Never forget die Hä? Oh nein Ich hab meinen Magnet noch aktiviert Nein Alter Ach komm Das ist dumm Natürlich gewinnt der, der am weitesten, am ehesten das Tor machen kann mit dem Magneten 4 Stück haben den Magneten, der einzige der das Tor machen kann hat, gewinnt Oh 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 Close Nein Ich hatte nen Enterhaken Aber es war auch geil, wie wirklich alle 3 von den Typen Hahaha Das war gut Oh Nein 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 Loll Der geht Der geht Der geht Der geht Nein Loll Alter als ob, wie cool sah das denn aus Ich weiß schon welche Musik ich da abgespielt hab Uh, 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 null Hörst du mir auf den Sacki Sacki Alter Nein Oh komm Danke Wow, Alter der ist genau in den Typen So krass, wie der echt alle Tore kriegt Ich mein, das hat er gut gemacht, aber Ach, das ist so komisch, weißt du du, du machst solche crazy Moves wie ich eben Ja Und dann geht der einfach nicht Ja Aber dafür krieg ich 4 Ledgers Ah, wie denn jeder für, was war das, was war das denn Nein, 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 jetzt hab ich den den Bus gegeben Ups Oh Da wären wir wieder bei dem Thema, Klaus mach nur Eigentore Ich dachte der geht Das ist, dafür kann ich nix Ich war rein So hier, das ist mein jeder zweiten Aufnahme Oh, ich hab nen Saugner Ja, da mach, da mach Ich komm nicht, ich krieg den nicht markiert Nein, nein, nein Ich krieg den Ball nicht markiert Oh shit Als ob, das ist meiner Als ob, wie geil Wie fest ist der Was? Du Ja, guck dir das an Da, ziehste Zack Nein, Klaus Normalerweise hätte das deiner sein müssen Ja, hätte auch Aber nicht wegen des Saugnapps, sondern weil der gegen mich gekommen ist, glaube ich Achso Ich glaube Alleine schon wegen des Saugnapps Ne, aber trotzdem, du hast ja die letzte Berührung so gesehen Ne, 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 ne Also ja klar, aktive Ja, ja Wenn dein Saug einmal als Berührung zählt und nicht durchgehen, was ja vorher scheinbar der Fall war Also das müssen jetzt 4000 kmh sein Auch nicht Naja Ähm, ja, aber ich bin trotzdem der Meinung, der Ball hatte mich noch berührt Weil ich hatte den in die richtige Richtung gelenkt, dann hast du ihn geschossen Und ich bin der Meinung, dass er nochmal die Richtung ganz leicht geändert hat Das können sein Ja, aber das ist halt in deinem Replay, ne Und nicht in der realen Welt Ja Da ist Matrix Ja Jo Wann, wann werden die Leute da mal entkommen? Ich verstehe es nicht Oh, lol 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 Nein Oh, lol Wow, da ist so viel schief gelaufen, also echt Das Album ist so retarded Mann Der, der Typ, den habe ich ja sogar umgebracht mit der Fist auf Doom Nein, also es ist deine Schule Ja, es ist auch Nein Aber egal Wir schaffeln es noch Ihr könnt euch schon mal den Part bewerten Wir können das noch gewinnen Ne Ach Klaus Hör doch auf Tore zu machen Ja Ja Mann ey, was soll ich denn machen? Ich hatte ein Eigentor gemacht, ich muss mir doch schnell Punkte holen, um die Scrub noch zu überholen Alter Ja, das soll jetzt noch viele Punkte bekommen Ja, relativ gesehen schon Aber ich spiele gerade auch noch im Video nebenbei Tetris Als, ähm, beim Challenge Ey, ich spiele mit Monitor aus, nur zum Punktbekommen mache ich den an Oh Das erklärt auch das Eigentor Hä? Warum wurde es be- Was war das? Oh, die Leute, ey Gameball-Chiller-Nooks, ey Der hätte mal nur drei Tore draus machen können Ja, mindestens, danke, dass sie den Part nicht strecken wollen Komm mit, Klaus Okay, ich komme Wui Oh Tschüss Okay, dann, äh, wie gesagt, bewertet ihr den Part Guckt ihn in die Videobeschreibung, da ist der Klausi Und Das bin ich Dann sehen wir uns bald wieder Tschüss Tschüss Tschüss